Abseits der Pfade ist da, wo wir uns selbst begegnen, wo die tiefe Weisheit der Natur auf uns abfärbt. Die Stille, ihre Gelassenheit. Sich nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen, bedeutet frei sein. Aufatmen. Der Lust am Leben wieder auf die Spur kommen. Denn alles ist schon da. Und wir mittendrin. Einzigartig wie Millionen von Schneekristallen. Aus geschenkten Tagen werden Muße stunden. Aus echten Begegnungen schönste Erinnerungen. Abseits der Pfade eröffnen sich neue Welten. Wo Zeit zur Nebensache wird, findet die Seele Ruhe. Wo Traditionen gelebt werden, wird ein uralter Rhythmus spürbar. Und diese längsten Nächte des Jahres werden von lichtdurchfluteten Tagen überstrahlt. Wie viel wiegt eine Schneeflocke, wenn aus einem Hauch von Nichts Momente für die Ewigkeit werden? Wie viel wiegt er, dieser eine Moment? Abseits der Pfade ist da, wo das Leben noch seinem ureigenen Takt folgt. Salzkammergut. Abseits der Pfade, mitten im Leben.